Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns angucken, wie wir Elemente aus einer Liste oder einem Array uns auslesen können. Wir nehmen dazu einfach mal die Liste und zwar die Basic-Liste, die ich hier unten verwenden werde. Und ja, es gibt sehr viele Varianten, wie wir Elemente aus einer Liste auslesen können. Und das wollen wir zunächst einmal auf die ganz simple Art und Weise machen und zwar mit den ganz normalen eckigen Klammern. Das funktioniert wunderbar sowohl für die Liste als auch für das Array. Das kennt ihr auch. Wenn wir 0 nehmen, dann kommt was raus? Naja, dürfte logisch sein 1, weil 1 das erste Element ist in unserer Liste, also das vorderste Element in unserer Liste. Während wenn ich hier dann natürlich zum Beispiel 3 nehme oder sowas, dann landen wir bei der 4, denn die ist ja hier an der 0, 1, 2, 3. Stelle, wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, beziehungsweise eigentlich ist die 4. Stelle, aber wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, Gut, also ganz normal im Endeffekt. Das kennt ihr auch schon von Arrays. Wenn wir hier allerdings ein Element nehmen, das nicht mehr innerhalb unserer Liste ist, dann gibt es auch hier eine Index-Out-of-Bound-Exception und ihr seht für die Leute, die ein kleines bisschen weiterdenken wollen, dass im Hintergrund keine normale Liste verwendet wird, sondern eine Array-List. Aber das sei hier nur mal am Rande erwähnt. Es gibt in Java auch verschiedene Arten von Listen. So, das ist die erste Art und Weise. Diesen ganzen schönen Schreibweg könnt ihr auch umgehen, indem ihr hier .get nehmt und genau dasselbe macht. Das ist allerdings die hässliche Art und Weise. Also ich würde euch stark die eckigen Klammern empfehlen, die sind definitiv dazu vorgesehen. Aber mit .get geht das auch, nur dass ihr den Hintergrund versteht, dass es im Endeffekt bloß ein Funktionsaufruf ist und nichts irgendwie besonders magisches oder sowas, das ihr nicht selber programmieren könntet. Also es ist wirklich nur ein Funktionsaufruf, okay? Wenn ihr jetzt hier allerdings das Problem habt, ihr wisst nicht, wie viele Elemente hier in dieser Liste drin sind. Und ja, ihr könntet es überprüfen. Es gibt nämlich das Attribut, das schreibe ich hier gerade mal noch in Printline BasicList.size beziehungsweise, ja genau, .size kann man hier direkt überprüfen. Das heißt, wir sehen hier, ja, okay, vielleicht sollte ich das vorher rausnehmen. Wir sehen hier, die Größe von dem Ding ist 5. Das heißt, jeder meiner Aufrufe hier muss natürlich kleiner als 5 sein. Das heißt, ich kann Elemente bis 4 angeben. Im Endeffekt könnte man das natürlich auch so überprüfen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel vermeiden wollt, dass da trotzdem Fehler geschmissen wird und ihr wollt quasi eine schnelle Art und Weise oder eine schnelle Schreibweise haben, dann könnt ihr diesen ganzen Funktionsaufruf auch ein bisschen drohen, indem ihr hier sagt Get or Else. Also entweder ich hole dich jetzt oder es passiert was. So, und dieser Get or Else Aufruf, der ist ziemlich faszinierend, denn dieser Get or Else Aufruf, der holt sich erstmal das Element an angegebener Position. Und falls es das nicht findet, dann passiert Folgendes und dieses Folgende könnte ich hier in einer Funktion angeben. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, wo wir eine Lambda-Funktion hier angeben müssen. Und das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, ich möchte ganz gerne, wobei wir kein Lambda brauchen, ich möchte zum Beispiel ganz gerne haben, dass es Printline Element Not Found ausgibt oder sowas. Also das geht alles wunderbar. Das ist im Endeffekt eine Funktion, die dann, ja gut, okay, ich sollte vielleicht dann nicht printen. Aber gut, was hier passiert ist, okay, das gehen wir jetzt mal ganz schön nacheinander durch, was hier unten ausgegeben wurde. So, wir gehen von oben nach unten den Code durch, das heißt, wir greifen hier erstmal auf die Size drauf zu, das sind die 5 hier. Und dann wird ausgegeben Element Not Found. Das ist eben genau das hier, was wir hier hinten stehen haben in unserem Else Block. Das ist im Endeffekt, if diese 6 hier vorhanden, also wenn es sowas gibt wie das 6. Element, wenn ich da drauf zugreifen kann in meiner Liste, dann gibt mir genau dieses Element zurück. Falls das nicht geht, dann für diesen Else Block hier aus. Und das ist der Else Block und im Else Block steht drin Printline Element Not Found. Das heißt, das wird auch genau ausgegeben und anschließend wird hier das Ganze geprintet. Also im Endeffekt wird der Rückgabetyp von Printline ausgegeben. Und der Rückgabetyp von Printline ist kotlin.unit, was ich euch noch nicht gezeigt habe, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Im Endeffekt hätte ich auch sowas hier machen können, dass ich einfach hier sage Element Not Found wird zurückgegeben. Das ist im Endeffekt auch eine einzeilige Funktion. Das heißt, es wird hier das Ding zurückgegeben und das wird dann über Printline ausgegeben. So, also das ist Get or Else. Get or Else ist ziemlich nützlich, wenn man eben so eine schnelle Überprüfung quasi wieder mal in einer Zeile haben möchte. Das ist halt einfach Kotlin-Style, schön kompakt und effizient. Da werden Kilo Logs, also K-Logs, Log steht für L-O-C, steht für Lines of Code. In Kotlin habt ihr deutlich weniger Lines of Code als jetzt zum Beispiel in Java. In Java ist das deutlich länger, sagen wir es mal so. Aber Kotlin kommt nicht ganz auf Python, aber naja, fast auf jeden Fall. Und es ist trotzdem sehr elegant, muss ich sagen. Okay, eine weitere Art und Weise, wie ihr ein Element rausziehen könnt, gibt es auch noch. Und zwar könnt ihr auch die ersten fünf Elemente per super effizienten Mega-Funktions-Call, nämlich Component 1, 2, 3, 4 und 5 machen. Das sind quasi, es gibt wirklich nur diese fünf Funktionen, mehr gibt es einfach wirklich nicht. Das ist das erste Element, also das ganz vorderste Element, mit dem könnt ihr quasi direkt diese 1 auslesen. Mit Component 2 könnt ihr direkt das zweite Element auslesen und so weiter und so fort. Was ich euch jetzt allerdings noch zeigen möchte, ist, dass wenn ihr das hier nicht reinschreibt, dann haben wir hier nur noch vier Elemente. Wenn wir jetzt auf Component 5 zugreifen, passiert folgendes, dann kriegt ihr nämlich auch hier wieder ein Array-Index-Out-of-Bonds-Exception. Also im Endeffekt ist Component 5 oder so, oder Component 2 oder Component 1 nichts anderes, als dass ihr hier zum Beispiel Font 2 eingebt. Nur, dass es ein klein bisschen besser optimiert ist, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, was da Kotlin im Hintergrund gemacht hat. Also im Endeffekt, was ihr wirklich braucht, ist dieses Ding hier und im besten Fall noch Get or Else, wobei ihr hier natürlich auch noch ein Null reinschreiben könnt, wenn ihr zum Beispiel gerne Null als Rückgabewert hättet. Das ist ganz euch überlassen und ja, damit könnt ihr, denke ich mal, ganz gut arbeiten. Funktioniert natürlich auch auf Errays ganz wunderbar, was ich euch gezeigt habe. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.